Du bist doch gerade aus Köln raus. Du bist doch gerade eben aus Lischee raus. Ich bin gerade aus Köln raus. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Warte mal. Hä? Warte mal. Hä? Wie geht das? Du hattest doch recht. Ich bin jetzt raus. Hä? Wie geht das? Ich habe geschickt, oder? Gerade eben ist er rausgefahren. Was habe ich gesagt? Er stand oben drüber. Aber der Schipp Kohl denkt ja nicht mit. Mir wurde Köln gerade auf der Karte angezeigt. Was kann ich denn dafür? Guck mal doch mal vorher. Navifahrer wieder. Alles Navifahrer. Handykarte nicht. Da kommt er wieder. Guck, guck, guck. Geo, wo sind wir dahin gerannt? Also, das frage ich mich ja auch langsam. Das ist ein so Durcheinanderquatschrei. Normalerweise muss immer einer vorne, der muss das Kommando angeben. Das haben wir dann den anderen Konvers auch hier hingekriegt. Wie soll hier nicht? Ja, ja. Nur, dass ich da eigentlich nur ein Durcheinandergequake. Und dann ist so klar, dass man da nicht mehr hinterherkommt, wenn der einer sagt, der andere sagt, der andere sagt, der andere sagt, hier. Pass auf, vorhin hieß die Richtgeschwindigkeit 80 kmh und nicht bei 30 kmh stehen bleiben. Das ist das Erste. 80 kmh heißt 80 kmh. Das wir schon mal da klare Bilder sehen. Na 8 und eine 0 und keine 3 und eine 0. Ja, 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 ja. Weil hier auf dem Tacho steht eine 6 und eine 0. Weil die, ich hab die auch zur Seite gerade Heidi genommen. Wenn einer vorne wegfährt, der muss sich auch auskennen, wo er langfährt und nicht, oh, wo soll ich hinfahren? Ich hab ja das Navi eingestellt auf Paris. Ja, aber dass wir vorher nach Düsseldorf fahren müssen. Das hab ich mit eingeplant gehabt. Doch, ich hab das mit eingeplant. Da fängt es nämlich schon an. Doch, es war von vornherein bekannt. Düsseldorf fährt abgeschissen ist. Da hat keiner dran gedacht, außer ich vorhin. Aber dann hat zwischendurch, wo es zu spät war, einer geschrien. Es ist zu spät, der ist schon weg. Markus. Was? Ich hatte es eingeplant. Bei mir war es schon drin, dass ich dahin fahre. Nach Düsseldorf. Bei mir war das im Navi mit eingespeichert. Navi, wenn ich es höre, Navi. Ihr müsst doch wissen, wo ihr langfahrt. Du vergisst dazu keine Trucker. Ja, ich nicht. Das hat doch damit nichts zu tun. Und ich drück auf Escape, guck mir die große Karte an und seh, aha, an der Stadt muss ich vorbei. An der Stadt muss ich vorbei. Dann muss ich es bloß noch Schilder lesen. Das werdet ihr doch wohl können. Nee, wie geht das? Markus, ich bin 15. Was erwartest du von mir? Dass du lesen kannst. Ja. Warum ist denn jetzt MC frei gegangen, McFly? Du kannst ihn gesagt, abgeschissen. Er steht ja auch nicht mehr hier. So Leute, schaut mal, ich hab mir extra Warenfarbe abgelegt, dass ihr auch seht, wo er wo ist. Wo ist er denn? Wie viele fehlen denn jetzt hier noch? Das ist Weide. Weide. Du hast noch mehr. Könnt ihr noch kurz warten, ich brauche auch noch eine Warenfarbe. Wollte ab Hannover nicht noch einer dazustoßen? Der ist doch schon dabei gewesen. Der ist doch dabei, der ist doch dabei. Der ist doch dabei, der ist doch dabei, der steht doch dabei. Ach, Like Patty, da ist er. Zeit. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich seh ihn gar nicht. So, auf TS, komm. Der steht neben dir, rechts. Ah doch, da steht er ja solo. So, auf TS, komm, Jimmy. Macht ihr, wie ihr meint, der Daktierung. Oh, hau, 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 hau. Ey. Wenn du jetzt noch einmal immer Gas sagt, ne, dann nehme ich die Gaskartusche und stopfe dir den Arsch. Aber vorher mache ich den Stöpsel auf. der war bei einem anderen weil von dem dreien habe ich zu viel Angst ich will jetzt fast gut sein wenn du wissen willst wie ich aussehe geh bei TBL auf die Facebookseite dann siehst du ein Bild von mir da geht es dann hier kann mir mal einen Link schicken davon kannst du bei Facebook eingehen TBL Germany wenn ihr jetzt nicht wenn ihr jetzt nicht muss ich mir gerade einen Facebook-Account machen stell dir vor einen Rucker mit langen Haaren und voll zu tätowiert das langt schon ohne einen Ranzen dran wie ein Bierfass keine Ahnung ich fahre jetzt nach Liebstagstadt ich komme jetzt zu euch ah ja das wäre quasi der YouTube aber ohne Auflieger weil der ist total schadenwärtlicher ja meine auch schon das macht nichts ich kann trotzdem hinterher sieht gut aus das sieht hier ein bisschen schlecht aus mit dem Lack der rostet schon ihr seid ein Unternehmen ja unter 16 wie es aussieht wir haben eine Unternehmung wie bitte aha was hast du denn da für Bilder im Hintergrund ja Titten wie sich das gehört was trägst du denn da Cape Alter das ist ein T-Shirt Atlas T-Shirt okay ich habe mal gefällt mir da kommt der hinten jetzt können wir alles geht okay jetzt hier euer Freiburg essen zeitig ehrlich ich habe wieder Späntag vor drei Stunden CBL Pascal du fährst in die falsche Richtung ne doch nicht so jetzt fliegen sie wieder alle in die Luft so ab Ufo Bahn und zwar ich gebe jetzt mal die Richtung durch wir gehen jetzt auf die A3 A15 fahren die durch bis zum Ende da stoßen wir auf die A7 da biegen wir im Prinzip links ab also geradeaus drunter durch und dann eine enge Kurve und dann fahren wir gerade ab dann müsste eigentlich schon Paris ausgeschildert sein die letzten Kilometer sind dann noch Landstraße ich habe noch neun Minuten Toten werden ja mehr ganz mitgefahren können ja dann schmeiß noch einen Euro ins Internet nein gib Sackro mein Vater und ich muss morgen arbeiten Achtung ich stehe ich liege auf der Seite nicht in der Kurve die Kurve sieh mir durch alle kann man auf die Seite liegen ja ich habe noch die Strecke durchgegeben und dabei seid ihr schon abgefahren ich habe es aber ohne gelben vor mir 1712 wer auch immer das ist ohne Konverdurfte da muss Leer sein YouTube Miles ne wie heißt YouTube Miles doch und sowas Geo einfach Geo das ist viel leichter ja das wollte ich gerade sagen das ist viel leichter auf alle Fälle ist der hinter mir ich habe nicht gerade um die Brücke fahren sehen ich habe jetzt irgendwie ein Läppchen zum Achtung Konvoi den ich jetzt mal ein bisschen ärgern ich glaube ich bin der letzte ja ne ich bin der letzte alter schon wieder auf der seite wegen so voll Achtung die rammt jeden logistik das kommt vorbei außer den Odin jetzt Odin gib mal da vorne ein bisschen gas ja ich hab die 80 eingestellt ich weiß nicht was ihr fahrt ja ich fahr 65 grad da liegt der fehler bin ich vorbei lass mich vorbei nein du bist neben mir habe ich die andere hinter dir das war der erste den du frei hattest hast du das gesehen hinter mich ich habe im spiegel gesehen wie er sich getreten hat ganz komisch ja wenigstens wenigstens der stir mit uns nehmen mehr äh warte mal grad sorry gerade aus fangen wir ne ja ja gut das ja das war grad eben ja genau okay so ich oh meine güte nochmal pascal ich krieg kein bahn es ist ich hab gesagt er hat mich gerammt ja patrick ne pisa das kost bahn bahn da stehen sie da hab ich fertig habe ich eingeholt jetzt ganz kiste odin hat sich gerade weggedreht aber ich hab mich weggedreht er hat mich geschubst na ja weil direkt der kommt durch du weißt genau ich bin fort ja dann komm durch jetzt da hinten bin das dass du mal gerade aus fährst du musst doch bist noch nicht an mir vorbei das finde ich nicht witzig ich probiere die ganze zeit vorbeizugehen so jetzt kannst du besser slayer super danke dein getriebe hört sich nicht an hat warum fährst hier so langsam 100 ja ich wurde gekickt wieder aber jetzt bleib schon zuhause ist der gekickt worden er hat den den anderen hier weggeräumt der euch da ein bisschen geärgert hat den hat er aber richtig weggeräumt er hat sich weit mit Auflieger überschlagen gut da e e punkt b b punkt l punkt tbl germany 342 leute liken euch ja merkst du mal was wir sind berühmt da guckst du mal richtig hin hier kann zwar kein eis kaufen aber da vorne geht es dann geradeaus sozusagen also durch den lille reims das ist sehr gut oh von so oder was und ich bitte ja 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 recht oh 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 meine frau sagt immer ich kann perfekte französisch nur mit der sprache haben jup also die leute die nicht mehr in die schwiegel gucken weißt du eine fliege ist immer durch die Gegente das ist nicht normal db ihr habt sogar einen eigenen channel eigenen channel db eigenen youtube kanal er ist sicher hallo mein gott hat direkt was stehst du da schon wieder rum da stehen hier fünf autos auf der straße was los hier patrick's getriebe hat kein bock mehr da ist ja die leute vor allem bremsen und dann links rüber fahren was weißte in der kurve braucht ja keiner da absperren das war es pascal ich bin auch da und ich war der letzte hallo hallo es gibt mal ein bisschen weniger gas da vorne war 80 hast du ihn gibt auch nicht so gas die 80 bleibt drinnen was ihr macht die es nie erwischt ich suche die 80 bei mir bei mir steht da eine 6 für 0 dann kommt keine zahlen da kommt eine 1 und 2 0 deswegen fahr ich hier vorne da existiert auch eine 80 ist vorbei dabei links rechts links ich bin links hier habe ich dich aufgewickelt man ja ich dachte ich bin links du bleibst recht ich bin echt auf das weg ja geolett hoch ich denke ich werde jetzt auch meine aufs auf jeden fall auch von twitch heute abend diese nacht übertragen lassen nach youtube auch wenn die qualität ein bisschen mieser wird aber ja ab dienstag ne ich habe nämlich noch morgen eine folge von dem alten golden boy ab dienstagabend kommen dann die folgen online jawoll das ist doch gut und ich schreibe den link dann auf eure facebook seite weil ich ja auch ja auch das fette book wenn du bei facebook bist dann kannst du gleich mal ein like da lassen ja das mache ich wenn ihr mir auch